Die Arbeit an einer überdimensionalen Leinwand stellt für Künstlerinnen und Künstler über alle Epochen hinweg eine große Herausforderung dar, für die es vor allem Mut, Selbstvertrauen und Können bedarf. Die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen haben sich natürlich über den Lauf der Zeit verändert. So entstanden Großformate im Barock beispielsweise hauptsächlich als Auftragswerke. In der zeitgenössischen Kunst hat sich dann aber auch die künstlerische Arbeitsweise verändert. So ist es, wenn man zum Beispiel etwas auf eine Leinwand schüttet oder eine große körperliche Geste ausführt, unabdingbar mit einem Großformat zu arbeiten. Großformate sind meist künstlerische Hauptwerke, spektakulär, aber aus Platzgründen selten zu sehen. Großformate